Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht von Hans-Henning Scharksach ganz neu, Die stille Machtergreifung, Hofer, Strache und die Burschenschaften. Denn so klar war mir das jetzt nicht, dass Sie mit der FPÖ nicht in eine Koalition gehen. Und ich denke, wenn Sie das lesen, dann sollte es wohl klarer sein. Und wenn Sie es gelesen haben, geben Sie es dem Herrn Doskozil. Danke sehr.